so und wieder mal recht herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft so wir sind ja auf der suche nach was bestimmt ist aber ich habe dann noch ein hexenhaus gesehen hier irgendwo aber das haben wir weg wir nehmen jetzt erstmal hier für unser haus mal gucken was hier unter ist ich hoffe dass hier was unter ist nicht scheint nicht zu sein nix so abbauen hier sind noch zwei und dann gehen wir hier mal weiter irgendwo müssen wir doch auf sollen man sagt man schnell kometen einstatt treffen oh wie nämlich selber wieso dort wir müssen das schwert nehmen den lachen wir mal hier so wo finde ich jetzt so ein teil im grunnen habe ich ein grund zeigt mir hier ist ein dorf in der nähe ja da hinten liegt noch was und dann schauen wir mal oh das ist aber gefährlich geworden da könnte ich leimbäume mir holen ich will die auf den weg gehen ich möchte nicht unbedingt kämpfen jetzt ich suche was bestimmtes ich werde auch bisschen karten in der folge dass ihr nicht alles so sieht dass ich hier laufe das er mir aufhört hier sind keine laufen gibt auch hungerleiste runter und ich habe noch nicht so viel zu essen dort ist noch ein vampir die muss ich auch nicht gerade begegnen was hinten wenn man auf was geht ich habe die so oft gesehen wo ich noch nicht abbauen konnte und jetzt finde ich gar keinen oder wie ich habe drei die 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 wie ja wir glaube ich schon nicht eigentlich nicht hier für mich noch das hier hier gibt es keine tun oder wie oh hier gibt es aber kristalle die nehme ich auch mal alle mit wir gehen das mal hier im hexenhaus rein essen wird und da gehen wir runter hier unten ist nämlich eine hexe weil ich lacht aufschlung nein muss ich noch die darf nicht richtig tot ich glaube ich habe geschlagen schnell nach oben oh ja ich bin vergiftet denn machen wir das anders kann ich nicht einsammeln hier haben wir einstein hier sind brot aber kann ich nicht nehmen das borna schaut okay auch gut ich habe mich gerettet wieso komme ich hier ah na toll wieso kann er mich jetzt töten ach schon wieder fett ich frage mal liebe vielleicht was verkehrt mache ach der turm alles klar ich bin in der richtung gelaufen wenn wir gleich sehen ob dein dorf kommt ich bin erst dahin gelaufen und dann bin ich bin ich dahin gelaufen und wieder was im trinken gut das gibt dass man hier kaffee findet alles klar das gehen wir doch hin und klein oder kleine satome ja so darf der todespunkt genau aber wieso konnte mich durch dich oder ich hätte so viel schaden gekriegt das kann möglich sein das haben wir gleich ich hätte gerne einen spawner gehabt aber man kann nicht alles haben nee der ist es nicht hier war ich okay ich kann nicht kämpfen jetzt nein ich hätte mal da bleiben sollen okay das waren fehler bis zu tagen tages anbruch dort ist noch sonst viel ja hier glaube ich muss ich richtig sagen ich habe gesagt da kann ich an mir schleim holen das was ich auch als nächstes machen werde hier haben wir alle todespunkte abklappen aber zumindest wieder fällt das gut also wie gesagt ich werde ein bisschen cutten das ist glaube ich soweit ne juhu was der letzte todespunkt glaube ich muss hier lang und nichts zu essen mehr ja weil ich zu schnell laufe toll ja mit mit hexen sollte man sich nicht so groß anlegen da ist der das könnte dann der gewesen sein weil da war ja auch so ein tempel sage ich mal auf die schnelle so und ein dorf ja das ist er wir haben da können wir was essen gleich da war nämlich die kristalle ich brauche den vorne auch okay ein torner egal wir gehen jetzt erstmal hier rein genau ja weil ich hier nicht hochkomme ich habe alles wunderbar waren wir schon hier und haben geplündert ich weiß es nicht sieht nicht danach aus oder eigentlich nicht hier kann ich auch noch kündigen stimmt ich habe total vergessen gehabt muss ja was anziehen schuhe wo ist der helm ist der helm schon kaputt gegangen oder habe ich den nicht eingesammelt egal das kann hier hin ich muss erst mal hier was machen mal du kommst hier raus hier voll hier noch platz oh ja ein bisschen aber nicht viel okay das reicht aber auch dann nehme ich das noch mit und den nehme ich auch noch mit so ich habe bei den anderen nämlich vergessen mich da rein zu gucken ja hier unten gibt es nichts mehr okay nicht bei jedem ist was das stimmt aber wir brauchen ja dafür unser haus so da werde ich mal die folge hier jetzt beenden und werde gleich noch eine aufnehmen und habe ich die woche über ruhe und ich werde am wochenende ein live stream bringen also nächstes wochenende nicht dieses wochenende ja okay wenn es für euch das vollkommt ist es ja dann das wochenende vorbei so bis dahin sage ich mal tschüss und nicht vergessen zu abonnieren kommentieren teilen liken und zuschauer fragen zu stellen bis dann euer jojo1968 ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020